Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video geht es um eine Übungsaufgabe, die an mich herangetragen worden ist. Und zwar geht es dabei darum, einzelne Batteriezellen mit einer Zellspannung von 2 Volt und einem Innenwiderstand von 0,03 Ohm so zusammenzuschalten, dass bestimmte Forderungen erfüllt werden. Diese Forderungen sehen folgendermaßen aus. Und zwar soll nach Zusammenschalten dieser einzelnen Zellen eine Leerlaufspannung von 48 Volt bestehen. Wird also die Schaltung, die ich ja noch näher festlegen muss, nicht belastet, so soll an den Klemmen diese 48 Volt vorhanden sein. Wird aber nun die zu bestimmende Schaltung mit einem Widerstand beaufschlagt, also belastet, so dass ein Strom von 50 Ampere fließt, so soll die Klemmenspannung schließlich noch 46 Volt betragen. Zu bestimmen ist also nun die Anzahl dieser Zellen, die ich dafür benötige und die Art und Weise, wie ich sie miteinander zu verschalten habe. Zunächst schaue ich mir die Leerlaufspannung an von 48 Volt. Da jede einzelne Zelle 2 Volt liefert, muss ich nun 24 dieser Zellen in Reihe schalten, um auf insgesamt 48 Volt zu kommen. In diesem Fall, bei der Leerlaufspannung ist es ja so, dass an den inneren Widerständen der einzelnen Zelle keine Spannung abfällt, da ja auch kein Strom fließt. Und somit addieren sich diese einzelnen Zellspannungen, die sogenannten Urspannungen, tatsächlich einfach auf, so dass ich eben, um auf 48 Volt zu kommen, 24 mal 2 Volt rechnen muss. Und somit weiß ich nun, dass ich 24 dieser Zellen in Reihe schalten muss. Wir sehen hier das Ganze nochmal durch formales Umstellen der Formel. Auch damit komme ich natürlich auf die Anzahl von 24 Zellen. Um das Ganze nun etwas übersichtlicher zu gestalten, werde ich nun wiederum für diese 24 Zellen, die ich hier in Reihe geschaltet habe, ein Ersatzschaltbild anlegen. Das ist wiederum einfach eine Zelle mit einem Innenwiderstand. Diese hat jedoch nun diese 48 Volt als Urspannung, hier UZ24 genannt. Und der Innenwiderstand, den diese Zelle hat, der setzt sich nun aus der Reihenschaltung dieser Innenwiderstände zusammen, also 24 mal 0,03 Ohm. Damit komme ich hier auf einen Innenwiderstand von 0,72 Ohm, so dass nun also dieses Bild ein Ersatzschaltbild für diese Schaltung bietet. Mithilfe dieses Ersatzschaltbildes kann ich nun leicht zeigen, dass ich zwar hier diese 48 Volt Leerlaufspannung zur Verfügung habe, dass ich aber die 46 Volt, die an den Klemmen vorhanden sein soll, wenn denn 50 Ampere aus der Batterie entnommen werden, nicht mehr erfüllt werden. Wir sehen hier im Ersatzschaltbild, dass dieses nun mit 50 Ampere belastet ist. Wenn hier nun 50 Ampere fließen, bedeutet das, dass es am Innenwiderstand einen Spannungsfall Ui24 gleich Il, also die 50 Ampere mal diesen Innenwiderstand von 0,72 Ohm gibt, so dass 36 Volt am inneren Widerstand abfallen. Und genau diese 36 Volt muss ich von den 48 Volt abziehen, um auf die Klemmenspannung zu kommen, nämlich hier 12 Volt, wenn denn 50 Ampere fließen. Es reicht also nicht aus, 24 Zellen in Reihe zu schalten. Dann habe ich zwar die richtige Leerlaufspannung, aber bei Belastung geht hier die Klemmenspannung viel zu stark in die Knie und ich habe keine 46 Volt mehr, sondern nur 12 Volt. Gleichzeitig sollte jetzt aber auch schon klar geworden sein, dass nur 2 Volt an diesem inneren Widerstand abfallen dürfen. Fallen genau 2 Volt hier ab, so habe ich bei 50 Ampere Strom, den ich hier annehme, noch 46 Volt an den Klemmen. Hier nun wieder die gleiche Schaltung wie zuvor, das gleiche Ersatzschaltbild. Ich gehe nun davon aus, dass genau 2 Volt an diesem Innenwiderstand abfallen und frage mich nun, wie groß denn dieser Strom dann werden darf. Ich kenne ja diesen Widerstand mit 0,72 Ohm und ich weiß, dass an diesem Innenwiderstand maximal 2 Volt abfallen dürfen. Also ergibt sich doch der Strom, der über diese Strecke fließen darf, durch das Ohmsche Gesetz I gleich U durch R. Und ich weiß nun, dass hier maximal 2,7 Periode Ampere fließen dürfen, damit der Spannungsfall am Innenwiderstand genau 2 Volt beträgt. Über den einzelnen Zweig dürfen nun nur 2,7 Periode Ampere fließen. Das entspricht ja nicht diesen 50 Ampere, die ich hier fordere. Also muss ich parallel zum ersten Zweig einen zweiten Zweig schalten, der ebenfalls 2,7 Periode Ampere liefert. Und das muss ich nun so lange weiterführen, bis ich eben auf diese 50 Ampere komme. Der Laststrom setzt sich also zusammen aus der Anzahl der parallel geschalteten Zweige mal dem einzelnen Zweigstrom, der von jedem Zweig geliefert wird. Zur Erinnerung, hier hinter diesem Ersatzschaltbild verbergen sich ja nun schon 24 Zellen A2 Volt. Na, um nun auf diese Anzahl der parallel zu schaltenden Zweige zu kommen, muss ich doch einfach diese Formel umstellen auf N gleich IL durch IZ 50 Ampere geteilt durch 2,7 Periode Ampere gleich 18. Und somit weiß ich, dass ich 18 dieser Zweige, die jeweils aus 24 Zellen bestehen, parallel schalten muss, damit bei einer Last von 50 Ampere noch 46 Volt an den Klemmen abgegriffen werden können. Insgesamt muss ich nun also 18 mal 24 Zellen verwenden. Das macht 432 Zellen, die hier miteinander zu verschalten sind, um die Forderungen, die in dieser Aufgabe gestellt werden, zu erfüllen. Somit haben wir also gesehen, wie man denn genau diese Anforderung erfüllen kann, nämlich 48 Volt Leerlaufspannung und eine Klemmenspannung von 46 Volt bei einer Belastung von 50 Ampere. Ja, soweit zu dieser Aufgabe. Ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen. Ich würde mich natürlich sehr über einen Daumen hoch und noch mehr über ein Abo freuen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.